Schauen wir Jason Vlogs! Wieder alles Falsche! Jason sieht fern! Psst, jetzt kann er nichts mehr sehen! Hahaha, das ist so lustig! Kein Fernsehen mehr! Ah, kann ich sehen! Ah, kann ich sehen! Hilfe! Au! 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 Oh nein! Was ist hier denn los? Au! 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 Setz dich! Gerade hinsetzen, okay? Okay, setz mich hin! Au! Oh nein, ich werde dir helfen! Führst du den Sips? Ja! Okay, setz dich! Genau hier! Ja! Aha! Guten Morgen! Wo liegt das Problem? Ich kann nicht sehen! Ah, ah, ah! Du kannst nicht sehen? Ich weiß, warum du nicht sehen kannst! Was weißt du? Deswegen! Wow, ich kann wieder sehen! Jason, du kannst mit deinen Augen sehen. Das ist einer der fünf Sinne. Ah, das Sehen ist einer der fünf Sinne. Vielen Dank, Frau Doktor. Ciao, ciao. Ah, zurück zum Fernsehen. Los, mein Jason-Vlogs. Ah, Jason. Ah, Hilfe. Jason. Oh, nein. Oh, Jason. Ich höre etwas. Jason. Jason, Alex. Ich werde dir helfen. Jason, Hilfe. Ich helfe dir. Jason, Hilfe. Hilf mir. Hilfe, Hilfe. Ja, ich habe dich. Hey, lass ihn los. Lass ihn los, Mann. Ja, hilf mir. Hilf mir. Danke, du hast mich gerettet. Geil geschehen. Du hast mich wegen deines Gehörs gerettet. Man kann mit seinen Ohren hören. Äh, geil geschehen, Alex. Was ist das für ein Geruch? Ich geh, das riecht so übel. Lass uns die Ärzte anrufen. Oh, das Telefon klingelt. Das ist Jason. Hi. Frau Doktor, warum riecht es hier so schlecht? Nun, Jason, das liegt daran, dass du riechen kannst. Das ist einer der fünf Sinne. Also musst du aufräumen und putzen. Okay, Frau Doktor, ich werde aufräumen. Auf Wiedersehen. Super, Jason. Auf Wiedersehen. Ja, jetzt riecht schon besser. Okay, schmeiß mir es in den Müll. Eklig. Lernen wir jetzt den Geschmackssinn. Jason. Ja? Okay, komm, setz dich hin. Setz dich hin. Okay, jetzt werden wir den Geschmackssinn kennenlernen. Was ist es? Äh, Beineide. Sehr gut. Okay, das nächste. Das ist sehr schwierig. Und was ist das? Heidelbeere. Super. Okay, jetzt das nächste, Leute. Pssst. Und was ist das? Erdbeere. Sehr, sehr gut. Okay. Okay, die letzte. Und was war die letzte? Apfel. Sehr gut. Der fünfte und letzte Sinn ist der Tastsinn. Okay, Jason, bist du bereit? Ja. Okay, du musst das erfüllen. Das ist eine Wassermelone. Ja, genau. Es war eine Wassermelone. Ja, ich hab's geschafft. Und weiter geht's. Okay, Jason, taste. Das ist ein Apfel. Gut. Fühl es. Was ist es? Raube. Nein, es war ein Ei. Okay, das letzte. Orange. Sehr gut. Okay, das schwerste jetzt. Das wirst du nie erraten. Kacka. Kacka. Genau richtig. Sehr gute Arbeit. Iiii, Kacka. Uuuh. 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 Okay, danke fürs Zuschauen. Wiedersehen. Und abonniert Jason Vlogs. Genau jetzt. Los. Blau. Orange. Drei, zwei, eins. Eins, zwei, drei. Ah. Au. Geht's dir gut? Oh, no. Nein, meine Hand tut weh. Okay, bin gleich wieder da. Ich helfe dir. Au. Okay, Jason. Alex, Alex, ich hab eine Lösung. Okay, hier, bitte. Was? Das wird mir nicht helfen. Au. Ich hab noch was anderes. Alex, ich hab noch was anderes. Eine Banane. Bitteschön. Was ist das? Eine Banane. Eine Banane? Eine Banane kann ich nicht gebrauchen. Meine Hand tut weh. Ich hab das für dich. Ein Pflaster. Perfekt. Das wird helfen. Okay. Danke, Jason. Ich fühl mich viel besser. Und als Dankeschön gehen wir zu einem coolen Ort. Wirklich? Danke, Alex. Gehen wir. Los geht's, Jason. Nur noch anschnallen. Ich schnall mich auch an. Los geht's. Los geht's. Oh Hallo? Ich werde dich essen! Jason! Hilfe, Hilfe, Jason! Hol mich hier raus! Ähm, ich werde dich daraus essen! Nein! Oh Mann! Warum rennt man Essen immer weg? Also Kinder, das ist ein schwarzes Quadrat hier. Und hier, das ist eine weiße Pyramide. Verrückt, oder? Wow! Das hier ist eines der verwirrendsten. Gleiche Größe. Und auch die gleiche Größe. Hä? Hallo? Hallo, Leute! Ah! Ah! Oh! 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 Endlichkeit! Okay, tschüss Leute, danke fürs Zuschauen! Und meine Kappe für euch! Lass uns ein bisschen fernsehen! Ich bin so krank und brauche eure Hilfe, um gesund zu werden! Oh nein! Oh nein, Jason! Die Erde ist krank! Was können wir tun, um der Erde zu helfen? Ich weiß etwas! Komm mit, gehen wir! Okay, Jason, wenn wir irgendwo hinfahren, sollen wir mit dem Auto oder mit dem Fahrrad fahren? Ich fahr mit dem Fahrrad! Ja, das ist richtig! Okay, fahren wir mit dem Fahrrad! Okay! Juhu! Wenn ihr irgendwo hin müsst und es in der Nähe ist, fahrt nicht mit dem Auto! Lauft stattdessen oder fahrt mit dem Fahrrad! Yeah! Ich schau Jason Vlogs an! Der beste YouTube-Kanal der Welt! Jetzt lass uns was anderes spielen! Jason, stopp! Was ist los? Wenn du den Raum verlässt, lass nicht die Geräte eingeschaltet! Schalt sie aus! Aber warum? Um Strom zu sparen! Das ist besser für die Umwelt! Okay, das mache ich ab sofort! Gute Arbeit! Haha! Den Fernseher aus! Und! Aus! Aus! Alles aus! Wow! Wow! Wie werden Bücher hergestellt? Nun, Jason, Bücher werden aus Bäumen hergestellt! Wenn du also viele Bücher bestellst, was könntest du stattdessen machen? Ich weiß es nicht, Alex! Nun, Jason, zu viele Bücher aus Papier sind nicht gut für die Umwelt! Wirklich? Aber wie können wir sonst Bücher lesen? Jason, wenn du viele Bücher liest, dann lies sie einfach auf dem iPad oder einem anderen Lesegerät! So retten wir viele Bäume und schützen die Umwelt! Gute Idee, Alex! Hey, Alex! Kann ich den Kindern auch was beibringen? Ja, klar, Jason! Großartig! Ich werde euch zeigen, wie man Wasser spart! Wenn ihr Wasser sparen wollt, dann dürft ihr nicht baden! Ein Bad kostet eine Menge Wasser! Nehm stattdessen eine Dusche! Das verbraucht weniger Wasser! Aber duscht nicht zu lange! Nur fünf Minuten! Wow! So viel Essen! Jason, wenn du dir etwas zu essen machst, dann musst du auf jeden Fall darauf achten, dass du nicht zu viel essen machst! Warum nicht, Alex? Nun, Jason, zu viel zu essen ist ungesund! Und wenn du es nicht aufisst, dann werfen wir es weg! Das ist eine große Verschwendung! Ja, das ist richtig, Alex! Ich hoffe, ihr habt heute was gelernt, Kinder! Und wenn wir alle mithelfen, können wir die Erde retten! Tschüss! Danke! Hey Kinder, danke, dass ihr euch Jasons Vlogs angesehen habt! Abonniert gerne kostenlos diesen Kanal!